jo was geht leute und willkommen zurück beim neuen beim weiteren slitherio folge im hintergrund habe ich davon so noch laufen spielen wieder das würmchen spiel und mal sehen wie weit wir dieses mal kommen so ich sehe Naja, ich krieg das Telefon nicht. Das will mich provozieren. Ich krieg das, ich krieg das. Ich war wohl beabsichtigt von dem her. Pfff! Wie doof! Egal, heute geht's. Pfff, pink. Rosa-rot, sagen wir so. Worum vorbe. Oha. Scheiße. Entschuldigung. Nein, der kleine, der Idiot. Das ist jetzt aber auch rosarot. So. Das gibt's doch nicht, dass hier kein Schwein ist. Was sind denn da? Ich bin nicht lang genug, um gegen den anzukommen. Ich bin nicht lang genug, um gegen den anzukommen. Ich bin nicht lang genug, um gegen den anzukommen. Ich bin nicht lang genug, oder nicht lang genug. Ah, nein! Ach, egal. Wie machen wir jetzt noch als Name? Wenn man das so schreibt... Dann gibt es noch Neife auf Platz 1. Und... Ja, wie soll sie dauert es heute wohl ein bisschen länger, um an die richtige Größe zu kommen? Ja! Und... Da... So, ich kriege wenigstens auch ein bisschen was ab. Bisher habe ich mich gut geschlagen. Scheibenkleister... Okay, äh... Okay, dann so... Wenn das Ü nicht geht... Sinn... ên unter... Oh, mein Gott, den Grün! Yay, Grün! jah, Mist! Da habe ich ja nicht aufgepasst! Egal... eine Runde mache ich noch mit dem Günther okay so hab mir das mal eingefangen so entspasst egal das war's mit der Rest Slitherio Folge und sage Tschüss Ade und mal sehen ob es nochmal ein Slitherio gibt ansonsten war es das mit äh Slitherio und ja sage nochmal Tschüss Ade